Hallo Leute, mein Name ist Meisteri Mr. Mysterium. Willkommen zu einem neuen Video. Im Wettkampf gibt es dieses hier. Ich werde morgen dran teilnehmen. Das hier wird etwas kompliziert sein, weil das ist so ein Turnier mal wieder. Und ich werde versuchen, so gut wie möglich da mitzumachen. Ich kenne da ein paar gute Methoden, wie ich da sehr gut mich beweisen kann. Aber die Sache ist, die wir bei Einstellungen hier sehen können, ist es bei Ozeanien. Das wird ziemlich schwierig sein. Mit dem Lag und allem. Aber mir ist das völlig egal. Wir werden das jetzt hier durchziehen, Leute. Ich werde heute das nutzen, den Tag, um etwas zu trainieren. Morgen werde ich dann vielleicht auch aufnehmen. Und dann den anderen Skin nehmen, der mir leicht einen Vorteil verschaffen kann vom Aussehen her. Ihr habt da so ja eine kleine Skin-Sammlung. Auf jeden Fall, zur Zeit, wo ihr das seht, ist dieses Turnier schon vorbei. Aber ich will einfach nur sehen, wie gut ich mich hier geressen kann. Wir sind hier in den australianischen Servern. Mehr für so. Und dann die Zeit, wo ihr das seht, ist dieses Turnier schon. Okay, Gegner. Kollege, du hast versagt. Ohlala. Oh-oh. Sein Teammate. I like turtles. What? Junge, willst du mich auf den Arm nähern? Was sagt ihr das für Jungs? Filets. Hin oder her. Zum Meisterdeh ist gar nichts schwer. Ich weiß, es hat sich gereimt. I'm a virgin. Das solltest auch tun. Prepare for trouble and make it double. Dun-dun-dun-dun-dun. Ohlala. Jaaarum. What the? Ho, 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 ho. Liebe Löchchen. Da ist jemand echt. Oh, oh. Schlecht gelaunt. 17 Eliminierungen. What the fuck? 18 Eliminierungen. In Teams. Mit super schlechtem WLAN, liebe Leute. Was denn los? Er ist nicht zu bremsen. Ja, der kürt dir. Ich bin Meister des MSD, MSD. Ich weiß nicht so gut über Deutschland. Ich hab fast voll mit. Ich bin Meister. Ich bin Meister. Ich bin Meister. oh die letzten sind bestimmt ein paar richtige sweats loser pool habe ich wahrscheinlich hier auf meinem server ja 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 ich hatte gerade pech ich habe ihn zweimal gestorben und noch habe ich acht so wollen wir doch mal gucken wie wir das jetzt hinkriegen wollen die top punkte gerade ist 40 punkte das ist sowas von nicht gut ich wollte nicht im bus land und dann nicht wollen wir wollen wir wollen wir haben so lief es die letzten drei runden auch immer habe ich eine sniper gekriegt was soll das im ernst warum warum ist das abläuft beginnt und dann diesen verdammten delay so nervig junge ein paar taktiken raushauen auch wenn ich kein fan davon bin ich hatte gehofft dass ich das nicht tun müsste aber ich habe keine wahl so 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 Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Oh Gott. Alter, unglaublich, was fünf Punkte für einen Unterschied machen können. Ich bin jetzt in den oberen 52, lol. Habe ich gesehen. Oh Mann, in den oberen 52 Prozent wohl angemerkt. Genial. In Bewegung bleiben, Jungs. Nice. Ich bin in den oberen 30 Prozent. Hohoho. Oh, Mama Mia. Oh, vielleicht mit den oberen 30 die Leute von meiner Stadt gemeinten oder sowas. Aber es ist ja Region. Es kann doch nicht sein, dass ich in den oberen 30 von Europa gehöre. Oder von Deutschland. Es kann doch nicht sein. Im Ernst, mit 11 Punkten, mit 11 lächerlichen Punkten können wir in den oberen 30 anhören. Alles klar. Leute, soll ich mal für diesen Hüpftanz da mal mir einen Text ausdenken? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir irgendwas ausdenken kann. Ich hab schon die ersten Zeile, also hu hu hu. Wenn ihr wollt, sagt bescheid. Oh, ja, 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 ja. Oh, ja. Ich muss hier weg. Jupp, ich hab da mitgerechnet. Haha! Genial, du hast die Belohnung für diese Woche vorgeschaltet. Ne Hexe! Geil! Das meint sie nicht. Aber ey, ich hab die... ...zerkulen... ...sachen jetzt weg. Ich hab... ...nicht wirklich... ...mach ich von jedem... ...gut durch. What? Ups. Ich wollte... ...ich wollte eigentlich nicht wirklich... ...weich nicht wirklich auf den Skin aus, denn... ...auf den Skin aus, denn... ...es war mir von Anfang an klar, dass ich das nicht schaffen würde. Spitzhacke habe ich halt nicht hingekriegt. Das ist mir vollkommen egal. Kann ich mir ja holen, wenn die... ...rauskommen. Aber freut mich, denn ich war hauptsächlich auf diese... ...Sprays aus. Große... ...ein paar schöne... ...Sprays, die... ...wo es Verlosungen gab, und ein paar Leute, die sie close gekriegt haben. Gut, dass... ...das jetzt... ...vorbei ist, und dass... ...ich diese... ...diese im... ...auch habe. Außer ich jetzt mal... ...und die... ...lackierung war ich auch voll interessiert. Sieht voll genial aus. Und ist dann noch dazu animiert. Das mache ich auf jeden Fall Favoriten. Also... ...ich bin nicht mehr dazu gekommen, meine letzte Runde zu machen. Ich bin in den oberen... ...sechso... ...äh... ...2undsechzig... ...prozent gelandet. Wie man sehen kann. Net, net, net. Punkt insgesamt. Aber egal. Leute. Also, falls euch das Video gefallen hat. Lasst gerne einen Daumen nach oben da. Nicht vergessen zu abonnieren. Die Glocke zu aktivieren. Um mich auch an Freunden weiter zu empfehlen. Ansonsten... ...hat ich Ihnen etwas zu sehen. Vollig, danke. Boala. Die Glocke zu aktivieren... Ja, das war's.